So, wir nehmen den nächsten Teil davon. Wir nehmen Hidden Farm 2. Top-Down 3D. Ich muss es nur wieder eintippen. Hidden Farm. Nicht Farm. Farm. Hidden Frame. Ja, Hidden Frame. 2. Top-Down 3D. Wir updaten. Wir starten. Das erste Spiel hat schon 20 Minuten gedauert. Da hatten wir letztes Mal schon 5 Spiele durch. Ja, aber da mussten wir auch nur gefühlt 15 Sachen finden. Das ist richtig. Und ich hatte keine technischen Schwierigkeiten. Das hat mich auch 5 Minuten gekostet. Die Übertragung ist da. Wir starten. Und wir brauchen diesmal nur 26. Was sich beschwert, jetzt gibt es weniger. Wir brauchen einer. Wir gucken erst mal ganz rauf. So, mehr weiter raus zoomen kann ich nicht. Ich kann nur 80% raus zoomen. Boah, guck mal, jetzt sprengen die sogar. Das ist ja sogar grafisch. Eine Steigerung. Schau an. Wie wird dir das noch nicht bei ordentlich hinkriegen. Also es, äh. Ich würde gerne weiter raus zoomen. Ich kann weiter raus zoomen. Ich kann es wieder verzerren. La 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 la. So, Grey. Sag mal, wo ist es denn? Far, far away. Guck mal, 3D-Dimensionen weiter hinten. Vielleicht ist es da. ich will nur gucken wie weit es noch geht ja ich muss mal doch ein bisschen auf schneller schalten okay das scharf alter das ist ja richtig aggressiv das ist aggro scharf das ist das ist bei der aus der einen band aggro merlin das war schlecht ich weiß jetzt suchen wir auf einmal dann auch nur tomate und nicht mehr das andere ich habe so ein bisschen das gefühl dass ich in die unendlichkeit raus so wegfahren kann hat nämlich nicht mehr auf was kaputt ich weiß noch nicht wer das herausfinden und jetzt geht immer noch weiter ich habe das ende gefunden ist ja die frage ob du das alles gut kann ich mich wieder in die mitte ja ich kann mich wieder nicht mit der poten so okay und jetzt habe ich jetzt noch 60 wann hatte ich noch 80 wenigstens als nach draußen suchen wir suchen tomaten so wie das aussieht vergammelte tomaten könnte sein so was haben wir denn da im hintergrund ich hoffe nicht dass die da drin sind auch wenn ich ich muss da rein zoomen tomaten bin ich da drin nie da findest das ist nicht bayern so komische pflanzen wasser das sieht doch das sieht richtig aus nee das ist mais verdammt das sind tomaten hier tomaten ja hier die tote die tote tomate tote tomate to 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 wir brauchen eine axt tomate ok bei irgendeinem ausgucken ja nee oder einem wasserfass das kann es auch sein das ist wahrscheinlich so ein wasserfass das hier so auf so stelzen steht da hinten ist noch eins ich versuche mich dahin zu bewegen ich bin unterwegs tankpflanzen ne panzerlilie was der panzerlilie tank pflanzen bank oh nein war nur die axt natürlich jetzt will ich wissen was der panzer die hier ist verdammt ja ja wahrscheinlich gibt es die nicht und das ist ein wortwitz ja ist es ok wir suchen blümchen vorm haus naja klar tankpflanze panzer oh gott das ist so ein flachfilz ich bin drauf reingefallen 1 0 für davo grüßt du silvester zurück da schicke ich dir topas auf den hals da kann ich mit flachwitzen voll labern was wollen wir ein blümchen pflücken ja ich suche immer noch aber ich finde es nicht mit einem hühnchenstall im hintergrund ja sicher das ist ein hühnchenstall stimmt das ist ein hühnchenstall noch den habe ich gar nicht wahrgenommen hier ist was hühnchenstall mäßiges ja aber da steht ja da steht falsch da ist eine straße zwischen na gut ein hühnchenfleisch ja ok das hat länger gedauert als du stolz drauf sein kannst das hat nun ja wir haben keine nütz hier hinten hier hühnchenstall ja hier sind sie hier sind die pflanzen die wir suchen ok wir brauchen ne ne fass und ne bank ne bankfass bankfass badum 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 ja also auf dieser riesen mähtrescher auf dem kleinen feld ne ja das ist auch verschwendung da fährst zweimal drüber und das war's ja also das schaf hat das bestätigt das hat's gerade nochmal bemäht oh da hinten da ist das sieht gut aus oder oh das sieht wirklich gut aus das ist ja oh nein wir sind wieder bei dem gemüsestand den habe ich immer noch nicht gefunden das ist auch das aggressivste schaf was sie finden konnten bei der suche bei google oder wahrscheinlich also halt nur noch die ziege und dann haben wir alle nee bitte nicht hier ist es nicht dann muss es weiter unten sein ach hat was oder hier das ist zum straßenverkauf wir wollen bestimmt dieses schwarze etwas wollen wir nicht die tomaten auch nicht die melone die ist der brokkoli dahinter wahrscheinlich nein nein wollen wir denn was wollen wir hier er will wahrscheinlich genau ein der drei brokkolis haben oder so ein spaß wetten sportlich oder haben wir zwei davon meinst du dass ich noch so einen laden habe weil der sieht halt genauso aus wie es sein muss ich zoome nochmal rein da ist noch so ein buschel hinter der kiste dahinter also dass da hinter dem brokkoli die zwiebel auch nicht die will auch nicht ja dann viel spaß beim reinklicken irgendwas möchte er haben irgendwas will aber was eine von den ganzen tomaten ich kann sie mal alle durchklicken nein will er einer von den äpfeln nein will er auch nicht den will er nicht die möhren will er auch nicht das will er nicht das will er nicht was will er denn zum kuckuck das will er nicht von den äpfeln will er auch nichts was mit den blumen ich habe keine ahnung was er will guck mal bitte ob wir noch einen zweiten davon haben ich guck mal ob er einen zweiten davon haben zieh mal weiter raus die kamera ja da kommen wir haben noch einen ok wir haben noch einen aber der hat keinen schwarzen ding hat keinen schwarzen ding das ist nicht das ist nicht das muss der andere da vorne gewesen sein ich kann noch mal gucken nähe hier in die richtung hier nicht naja da hinten kommt noch ein auto glaube nicht außer der ist davor noch gewesen muss man die kamera drehen man kann die kamera nicht drehen wir wünschen dass man das könnte man kann die kamera nicht drehen so da wäre der eine laden den ich denke dass es ist aber vielleicht ist davor ja schon laden oder auch nicht ich glaube nicht mehr dran ok wir gehen wieder zu unserem laden zurück irgendwas will er von dem laden man kann weder die noch die andere kamera drehen ok wir greifen du kannst das worauf du guckst auf den kopf stehen hm die obere kiste oder irgendwas ist irgendwas hinter dem haus dass er ein fass haben möchte oder sowas da ist ein fass hinter dem haus oder eins der blümchen ist irgendwas für ein grünzeug oder von den blümchen naja naja kann nochmal von der seite gucken kann ja mal so aus der distanz schielen vielleicht sehen wir da irgendwas ich so bitte einfach drauf drücke weil ich jetzt alles sehe zoom noch weiter raus dann ist meine maus noch größer und irgendwas treffe ich bestimmt ne er will nicht rausgesucht drei universen später klick ja hab's gefunden was war's keine ahnung ja so in der richtung ich weiß halt echt nicht was er will und es gibt halt keinen hinweis es gibt keinen hinweis knopf kann natürlich jetzt einfach sein dass es kaputt ist vielleicht ist es wieder so eins von den kaputten spielen wäre halt echt schade wie hieß das ding noch das ist hidden farm 2 top 3d top down 3d ja genau top down 3d community hub glubschi glubschi machen ich hab halt keine ahnung nur ein fehler was leider ist es nicht möglich das spiel zu ende zu spielen einige bilder lassen sich auf der map nicht anklicken ah ok wir haben es versucht er hat es mit der axt gehabt ja wir hatten es mit was anderem gut schade wunderbar wir haben ja noch ein paar ich dachte wir sind durch falsch gedacht kollega es gibt ja ich du ja hier hier